Dich einfach zu sterben Das hast du von Cheatern! Das hast du vom Cheaten! So mal gucken, das 2 und 2 Alter, ich kann das gar nicht berechnen Nein! Nein, Alter, das war so ein todsicherer Sprung Und ich gehe nur so ein ganz kleines Stück nach links Weil ich gerade so vom Sneaken hochkomme Nein! Ich habe beim letzten Block Wenn du beim allerletzten Block gehst, dann kannst du sozusagen ein bisschen schummeln Und dich umgucken, dann siehst du Weil du den Block ansiehst, dann siehst du die Umrisse von dem Dann weißt du, wo du hinspringen kannst Aber da ist dann noch ein weiterer Block Und du die ganze Zeit hörst Wie so ein Spaten Ja, ich helfe über meinen YouTube-Namen zu reden Über meinen Facebook-Namen zu reden Spaten43 Mein Facebook-Namen ist Spaten43 Ja, das ist ja nicht Ja, das ist ja nicht Jetzt werden mich ganz viele Leute stalken Das ist auch der Grund, warum er den genannt hat So, jetzt sind wir hier Ich bin gerade einfach bei Nein! 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 Shit! Shit! Na! Junge, die Map ist richtig schwer Quatsch, ne? Hast du das etwa nicht gedacht, oder was? Naja, es gibt ja solche Jump'n' One-Maps Die sind so Ultra-Jump'n' One-Map of Doom Zwei Sekunden Fertig! Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Boah, bin ich ein Spaten Ich geh grad von dem Teil weg, wo ich muß Was? Hey, Jalo Wann hat der Spaten43? Ja, das ist ja Jetzt kommt es jetzt wirklich so ein Typen, der hat Spaten43 und fühlt sich jetzt überbeleidigt Ich hasse dich, du Hohenschlauch Wui! Nein! Wie Hammer! Ja, das heißt ja, der Block müsste irgendwo da sein Ja! Oh! 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 Oha! Oha! Nein! Nein! Alter Scheiße! Junge, die Map ist eh mies! Ja! Mega mies! Jetzt nimmt der auch mal den Weg Den hab ich schon voll mal genommen, aber scheiße! Mhm! Genau! Wobst du nicht aus? Arschlochbezüchteten! Ich finde das damit nichts zu tun hat Es steht nämlich, dass ich im Arsch... Wir beobachten! Ihr seht Linus! Wie? Ey! Ich heiße übrigens nicht Linus, das ist der keiner von jemand anderem Also... Der... Fuck man! Scheiße! Naa... Woah Junge! Lass das! Yeaaaah! Du Arschloch! Fick dich einfach! Nein! Shit! Das muss... Genau in dem Moment wollen ich mich zu dir teleportieren ja und im übrigen sagt könnten wir doch schon mal machen dass wir das dann also wir hatten eigentlich haben eigentlich vor ein minecraft projekt zu starten halt mit mehreren so ähnlich wie kraft attack und falls ihr interesse habt dabei nein nein die wollen nicht dabei sein am ende haben die 72 bewerbung nicht nur mit einem 70 weil ich zähle dann nicht jetzt wer sie ja baba mann fuck yeah jungen jungen hatte so einen fetten run du wirf mich einfach unter the lights has been split apart from the darkness it's a ball it's a ball oh das ist wiederum ein bisschen einfacher würde ich sagen it's still here but separate from an nice ich habe den weg gerade instant gefunden oh was ist das jetzt eine tür macht was ja hammer ich habe den auch gerade instant gefunden ich bin einfach drüber gejumpt du hast mir gerade eine tür aufgemacht wo bist überhaupt wenn du links neben dem schild weiter läuft dann kommt da so eine tür die wird durch den scheiter da hinten geöffnet welche welche welcher scheiß welches scheiß schild am anfang von dem level wo wir gerade waren welches level ja und scheiter scheiter gedrückt weiterer spring jetzt hier wieder runter ich zeig's dir komm her Junge ich spring hier einfach durch ja komm her komm her so wenn du jetzt hierhin weiter gehst zu diesem licht und nach rechts guckt ist da eine tür die öffnest du durch den scheiter da hinten den scheiter da habe ich schon gedrückt die kommende durch ja ich habe einfach schiff gedrückt gehalten ich habe einfach schiff gedrückt gehalten nice ok die tür oh ok du musst auf dem weg ok ok das ist wiederum schon ein klein bisschen schwerer aber ich glaube das was wir vorhin gespielt haben also das was wie wäre sie beide plötzlich ruhig wurden die ungewogen teleportierst du dich die ganze zeit du spawnst ja eh da ich wusste nicht mal dass du runtergefallen bist ich habe dich genau in den momenten teleportiert als du gestorben bist du Arschloch du ne nicht einfach sterben das hast du von cheatern das hast du von cheatern das hast du von cheatern nein das hast du vom rumpen nörgeln nein Arschloch stimmt nicht du bist ein Arschloch und jetzt hör mal auf dich die ganze zeit zu teleportieren du musst das schon selber schaffen hui 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 oh es regnet glaube ich gerade draußen hui bei dir vielleicht für wenige ja ich mag es wenn es draußen regnet 8 oha den sprung hab ich gerade beinahe nicht geschafft hallo wie lol das aussieht einfach Junge das könnte man mal wiederum wirklich so richtig geil für so einen Server machen mmh oh NEEIN wie wir beide einfach so gleichzeitig sterben achja dieses Jumping Run Rätsel wird noch etwas gebraucht da man UNTERTITEL jetzt kommt es gibt so einen geheimen Wind einfach durch wie keiner von uns nach vorne will ja weil du mich die ganze zeit schlägst und das regt okay jetzt konzentration wir machen das jetzt wie ich einfach nicht immer überholt aber ich werden aber während ich auf einer trippe bin einfach immer springen ja du bist jetzt und irgendwann habe ich fast in einem dann geschafft auch jung ist dass man die tür offen ich habe schon wieder inventur erzielt ich bin der gott of achievement ich habe dich nur eingeholt du spaß nein darum steht da ja auch linus wie wurde zum motto blast teleportiert ich will den doch nur so tun als hätte ich skill dafür mache ich den scheiß ja trotzdem so in einem run wir sehen jetzt leeres wie beim abscheißen das war richtig scheiße ich hasse dich sprintbar das sah so episch aus du stehst da so gehst extra nochmal ganz hin zu einem sneaken und wirklich alles raus und ich so jetzt sehen wir linus weh beim finalen sprung der war so episch gleichzeitig gleichzeitig bei mir hört da plötzlich aus zu rennen das war richtig scheiße das hatte ich zum Beispiel gerade beim letzten sprung ich habe anscheinend richtig auch mit diesem kack laptop von meiner mutter und ja bevor mich jetzt auch lacht mein computer ist ja eh ich kann nicht mehr machen ich war jetzt auf dem heilen toll nein diese einzelne blöcke sind da ja richtig scheiße ja und den habe ich sogar ohne die habe ich sogar alle ohne sneaken bekommen da ist nicht die ganze zeit übernicht deswegen weil ich selbst nicht dachte mir so ich bin auf den block drauf gelaufen dann runtergefallen nein ich dachte mir eh du schlägst mich jetzt warum sollte ich nicht schlagen ich bin Chuck Chuck Chuckie die Mörderpuppe ich wollte gerade sagen Chuckie die Mörderpuppe hui hui nein ich bin ich bin einfach in der mitten ich bin einfach mitten in der luft gegen ein block gerannt alter wir sind so scheiße ach nö hui hui weil ich will gar nicht wissen wie oft du das schon schneiden musstest jetzt ja ich wette aber ich wette mit dir du schneidest den scheiß einfach in verschiedenen Episoden ne ja also immer so 15 minutenweise oder 20 minutenweise oder so ja ja nein 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 fick dich ach hey warum soll ich mich jetzt ficken wie geht das ne ist ja raus uuuuuh sexy das ist mal nachquare auf 4 war was anderes hier das ist mal nachquare auf 4 war was anderes hier ich hasse dich wenn ich nicht ja ja wenn ich ja jetzt bräuchten wir eine facecam von mir ne ne joh jJoh joh 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 Guck mal, guck, guck. Bitte da vorne bist, guck mal zu mir runter. Ich hab ein halbes Herz damit überlegt. Ich bin bei dir. Junge, wenn du mich jetzt schlägst, bin ich tot. Ah. Ich mach mich still hier drauf. Slash. Plopp. Ich hab grad auch so den Slash-Kiol eigentlich. Hops. Und hops. Nein, schade. Dachte ich, das wär sogar das gewesen, einfach so durchzulegen. Das hab ich ja vorhin fast gemacht. Ja. Denn der letzte Jump... Spritter. Mhh. Hä? Junge, ich steh da...